Spannende Musik Schöne, Schöne, Schöne! Schöne! Oh! Bravo! Bravo! Ich habe das Gefühl, ich habe über 90 Minuten sehr ausgeglichen. Beide Teams hatten ihre Chance. Schlussendlich verdient es unentschieden. Wir hatten uns natürlich über die drei Punkte gefreut. Aber wir haben sehr gut als Team gekämpft. Wir sind füreinander gegangen. Dann holen wir beim nächsten Spiel die drei Punkte. Also in der ersten Halbzeit waren wir zu wenig mutig. Wir haben uns nicht so sehr getraut. Noch einmal nicht so viele Torchancen gehabt. Und in der zweiten Halbzeit sind wir noch mutiger. Wir haben uns einfach nicht belohnen, um ein Goal zu schiessen.